Hallo, hier ist der Martin von Manimankies, das ist die DAX-Analyse für nun den Monatsauftakt vom November, der 1. November steht an und unser DAX hat sich zum Oktoberschluss hier nochmal richtig, richtig, richtig verbrannt, kann man fast sagen, also richtig nochmal unten rausgeworben. Wir hatten gestern drüber gesprochen, auf 2-Stunden-Sicht haben wir gestern nochmal drüber gesprochen, dass der langsam richtig schön in Bewegung reinkommt, mir hatte das gut gefallen, wie er runtergekommen ist, auch von der Dynamik, wir hatten gesagt, wenn er da jetzt weiter runterputtelt, dann sind da auch noch eine 19.1.50, 19.1.25 drin in der ersten Instanz, um dann vielleicht eine kleine Gegenbewegung und später noch auf die 19.50, 19.20 runterzusacken, da auf das Tagesband, hatten uns das hier angeguckt. Und gesagt, dass er hier noch ein bisschen runter kann, zumindest zum Donnerstag jetzt, und es sollte jetzt halt hier spannend werden. Wir hatten gestern gesagt, er soll bitte keinen Konter stellen, keinen schnellen Konter, also so eine Stundenkerze, eine Stundenkerze über 270, 300 haben wir gesagt, wäre Gift, hat er aber gar nicht gemacht. Also er hat grundsätzlich hier tief nach unten, dann hat er hier so eine Verkeilung gebildet, also er hat das wirklich schön gemacht, das war auch gut erkennbar, das tut mir immer ein bisschen weh, so viele Long drin rumforteln, weil das schöne Verkeilung, bärische Verkeilung auch gewesen dann, die sich dann da unten durchgefummelt hat und bis jetzt eigentlich schön in der Signalausprägung. Und wenn wir jetzt mal den Mittwoch angucken und den Donnerstag und das mal so nebeneinander legen, auch insbesondere mit diesen zwei Stunden, die da nochmal hochkommen sind, dann kippt er wieder so ab. Ja, das haben wir nämlich hier genauso. Er ist jetzt hier eigentlich von Beginn an dann so ein bisschen wie runtergekommen, hat seinen Tief gefunden, ist dann zwei Stunden hochgekommen und von da dann auch wieder so runtergekippt. Ja, der hat letztendlich am Donnerstag fast das gleiche gemacht, wie er am Mittwoch gemacht hat und deswegen lege er es nahe, wenn er zum Freitag auch wieder ein bisschen nach unten reingekleckert kommt. Und dann wird das interessant, was wir hier gestern angeführt hatten, nämlich das Tief hier unten, um vielleicht mal einen Tiefwechsel reinzukriegen hier auf der Ebene. Weil dann könnte man nämlich hingehen und könnte sagen, okay, erste Welle, Gegenbewegung, zweite Welle, Gegenbewegung, dritte Welle, ja, aus der Ebene und Sicht komplett. Und dann hier geht es plötzlich los in was Neues, ja, wenn er das Tief hier rausnimmt. Und deswegen wird das jetzt interessant, das ist hier ein wichtiger Punkt. Wir sind jetzt erstmal an einer wichtigen Zone unten gewesen, also gerade auch diese 1920, 1930, nicht nur wegen dem unteren Tagesband wichtig, das ist auch so recht stimmig vom Tief her. Ja, das ist eine spannende Stelle jetzt hier, so von einem unteren Band mal so an ein mittleres Band zurücklaufen, ist nämlich nicht ungewöhnlich. Ja, und jetzt bin ich ein bisschen am Freitag ein bisschen, naja, wie soll man sagen, entzwiegespalten, ja, wie ich den auch handeln würde. Und ich könnte mir vorstellen, dass er genau aus dem Grund auch ein ziemlich mistiger Tag wird, ja, also ich glaube, der wird eklig ein bisschen, der Freitag, weil hier jetzt die einigen Käufer durchaus die Chance sehen, dass die Kiste sich jetzt vielleicht umdreht, deutliche umdreht. Ja, und auf der anderen Seite aber der eine oder andere Investor da sitzt und sagt, ja gut, ich habe hier Kunden hinten dran, wir gehen auf die US-Wahl zu, mir gefällt das nicht, was ich sehe, ich sollte vielleicht mal ein bisschen absichern. Ja, das könnte jetzt eine komische Gemengelage zum Freitag werden. Also rein aus der Ebene vom Tagesschart können wir aber eines festhalten, er hat sich am unteren Band stabilisiert, er hat probiert hier in diese Trendlinie, wo auch immer die herkommt, wieder reinzuhalten und versucht sie zu verteidigen, versucht sie zu halten. Geht er unter dieses Band drunter, eröffnet er drunter, schiebt er unten weiter, also unter die 19,20, ist hier jetzt erstmal ein bisschen wie, kann er sich austoben, ja, also da ist Luft, da ist wirklich Luft und da könnt ihr dann echt mal probieren, diese 18,9, 18,9, warte, ich mache es ganz genau, im Tief liegen wir da, bei 9,10, 18,9,10 könnt ihr dann eben ansteuern, hier unten. Wenn wir unter die 19,000 gehen, gehen wir auf die, warte, doch, 19,000 ist richtig, dann gehen wir auf die, muss man den 1,000 dann immer so doll aufpassen, ja, das ist, da kann ich mich auch bemühen, wie ich will, ich habe trotzdem auch ein paar Dreher drin, also wenn wir unter die 19,000 gehen, dann ist die 18,9,10 sehr wichtig und lassen wir die fallen, geht sogar Raum bis hier in den 18,5, äh, 67, oder sagen wir mal 18,5, 60 auf. Ja, und das fällt gerade jetzt vor den USA, also sowas ist auch schnell abgetragen dann halt, ne, da, äh, da streckt er sich mal mit einer schnellen Tageskerze dann durch, da muss man dann aufpassen. Ja, also sollte man hier, ähm, vielleicht zum Freitag jetzt mal ein bisschen anders angehen, sehen wir jetzt die letzten Tage, weil hier würde ich wirklich sagen, aus der Situation heraus vielleicht sogar eher die Chance zur Erholung, außer, er liegt uns unter der 19,000. Ja, also unter 19,20 Tendenz abwärts, weitere Tiefs Richtung, ach, 18,9,10 und Richtung Tiefer, ja, also da Richtung hier, äh, Abwärtsrand Pullback, ähm, oder wenn er sich jetzt hier auf dem Stand hochgedreht kriegt, dass er dann noch ein bisschen versucht, Erholung rauszudrehen. So, Erholung rauszudrehen heißt, vielleicht in das Gap sogar reinzuarbeiten, könnte aber auch an das Tiefrand gehen hier und dann haben wir schon ein bisschen Strecke, ja, also da reden wir jetzt hier über eine 230 oder eine 300, die jetzt hier rückwärts abgetragen werden kann und hier oben ist auch noch ein Gap bei 4,80, das wären jetzt alles, also das wären so die drei primären Ziele, die man von unten jetzt für eine Erholung antraden könnte, wenn er denn sich weiter erholt, wenn er jetzt hier hochkommt und, äh, man müsste jetzt wirklich sehr genau hingucken, so wie wir das eigentlich gestern gemacht haben. Gestern haben wir gesagt, äh, grüne Stundenkerze über 2,70, über 300 ist Vorsicht. Das wäre jetzt hier so ein bisschen mit gleichzusetzen über, ja, 1,20, über 1,50. Ja, wobei, aber was, es bringt euch nichts, wenn ich euch sage, über 19,1,85, äh, dreht der Markt hoch und dann bei 2,30 wieder runter, das, damit kann er keine Arbeit, aber eigentlich müsste man es, müsste man es hier absetzen. Ich würde, ich würde sagen, 1,20, 1,50 mal noch ein bisschen angucken, weil das ist, das ist vergleichbar mit dem, was wir am Freitag, äh, wenn ich am Freitag, was wir gestern hatten hier am Mittwoch, ja, mit 2,70, 300, das hat ja gut geklappt, dass wir gesagt haben, wenn er drüber ist oder wenn er drunter ist, dann geht er noch weiter. Ja, also, wenn er über die, weil, weil, einfach die 19,20, das ist ein wichtiger Bereich, auch mit dem Tagesband, ähm, auch von den Fibus und so, das ist schon stimmig, ja. Von dort könnte sich eine deutsche Erholung aussetzen, von der habe ich ein bisschen Respekt, auch wenn ich schon denke, dass wir weiter fallen. Ähm, so eine kleine Gegenbewegung ist halt immer mal drin und von hier unten, für diese 19,20 kann diese kleine Gegenbewegung halt auch einfach mal 300 Punkte Ausmaß annehmen und deswegen bin ich da ein bisschen, ähm, ein bisschen vorsichtig, aber ich glaube, das wird vielen so gehen und, und dann kommt da noch ein Müllbeweg raus. Ja, nein, die Reihen nach unten weiterfeuern, die anderen wollen nach oben, dann steht er auf der Stelle am Freitag. Ja, also, ich versuche es nochmal zusammenzufassen, über 1,25, 1,50, eher die Chance rein in den Gap-Klos hier nochmal zu gehen, 2,30 und die 300 vielleicht anzustoßen, beides Punkte, an denen der Markt wieder runterdrehen kann, das muss man ganz klar sagen. Ja, beides Punkte, an denen er runterdrehen kann und wenn er aus der Situation heraus, wie er am Mittwoch jetzt einfach wieder runtergeht, rechte ich damit, dass wir auf weitere Tiefs gehen, die dann sind unterhalb von 19,000, darf man den Markt deutlich negativer sehen, aus Sicht des Tagesscharts, so hat man es ja gesagt, ja, ja. Ja, unter 19,000 ist der Blick durchaus negativer zu werten und macht uns dann Raum eben bis in die, ja, unter 19,000 bis in die 9,10 und letztendlich dann sogar weiter bis in die, ja, 5,60 rein, 18,5, 60. So, lassen wir es. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Novemberauftakt, gutes Gelingen und dann hören wir uns am Sonntag wieder für die Analyse zum Montag und nächste Woche ist dann schon US-Wahl, also ratzfatz ist es ran. Am 5. ist Wahl, wenn ich es richtig im Sinn habe, die ist am Dienstag, das heißt, am Mittwoch, am 6. November haben wir dann die Wahlergebnisse, das kommt ja immer erst in der Nacht, die stellen jetzt am Wochenende auch ihre Zeit wieder um, aber, oder, doch, am 3., am 3.11. müssen die umstellen und, ähm, trotzdem kommen die Wahlergebnisse ja bei denen erst am Abend, das ist bei uns in der Regel dann so irgendwann zwischen 3 und 6 Uhr, glaube ich. Ja, so erfahrungsgemäß ist das, glaube ich, so der Zeitraum, wo die Hochrechnungen greifbarer werden. Das gibt auch schon ab Mitternacht meistens schon was, ja, aber die ersten richtig belastbaren Hochrechnungen haben wir meistens dann so zwischen 3 und 6 Uhr gehabt. Ja, also von der Nacht vom 5. zum 6., wenn ich jetzt nicht komplett falsch bin. Ich habe jetzt nicht nochmal vorher geguckt, aber ich glaube, es war so, am 5. wird gewählt und das heißt, die Ergebnisse haben wir am 6. dann. Ja, das heißt, es gibt auch ein ordentliches Gap von Dienstag zum Mittwoch, nächste Woche. Das können wir jetzt schon mit einplanen. Ja, und er überlegt gut, was er euch hier alles noch ins Depot holt und was er vor allen Dingen jetzt im Minus laufen lasst, also das würde ich gar keinem empfehlen, da über Nacht irgendwelche Minuspositionen offen zu lassen und zu hoffen, dass das noch wieder reintritt. Ja, das kann sonst richtig ins Auge gehen, wenn die Wahl eure Minuspositionen dann noch weiter in die andere Richtung befördert und ihr nachher dann nach der Wahl wahrscheinlich ausgestopft werdet. Also das wäre das absolute Worst Case, den jemand haben kann, wenn er sich jetzt ein paar Tage vorher noch einen Trade reinholt und nachher springen die per Gap durch euren K.O. oder durch euren Sublust durch. Ihr fliegt in der Spitze raus und von dort dreht der Markt, was er ja oft macht. So sollte man gut abwägen, was man sich die nächsten Tage hier reinholt und wo man es absichert. Ganz wichtig, ja. Freunde, ich mache aus, wünsche euch was. Wird eine spannende nächste Woche. Macht wieder richtig Spaß. Jetzt schöne Woche gewesen hier am DAX. Nächste Woche wird noch schöner. Ja, also schlaft schon mal schön am Wochenende. Entspannt euch gut. Nächste Woche wird ein bisschen intensiver. Bis dann. Tschüss.